Klappschi, klupschi. Hey Dom, das da draußen ist deine Stadt. Chef Lambert, wo ist das, ne? Oder das, was nach den Hammerangriffen davon übrig ist. Die Gestandeten haben hier früher Treibstoff raffiniert. Nun, wenn wir hier nicht weiterkommen, wird das wohl unser nächster Halt. Wo ist die denn denn, die Stadt? Ich sehe da keine Stadt. Ähm, die hier, Nora. Ach, da drüben. Fällt dir was auf? Das ist nur ein Bild. Echt? Ja, zoomen mal ran. Das ist nur ein Bild, das bewegt sich nicht. Wenn du so bei dem Rauch guckst. Das ist einfach nur ein Bild. Der Rauch steht schon. Nein, die ich kenne. Ja, da ist ja überall Rauch hier, so, ne? Das ist so ein Wolken, Junge. Da unten, da meine ich doch. Das steht halt alles, ne? Ja, ist doch schön windstill. Los. Ja. Die Wolken bewegen sich auch. Ne? Was gerade leck. Ja, nein. Weg da. Ich will auch durch. Nein, geh weg. Jetzt kann ich nicht durch. Oh? Ich kann hier nicht weg. Warum nicht? Das ist nur ein kleiner Raum. Jetzt bin ich weg. Hier nicht. Das ist doch eine gute Knarre, Alter. Ach, das ist ja eine große. Du bist zu dürfen rüber zu springen. Nee. Wenn du genau vor den Sanddingern stehst. Nicht schlecht rüber. Zum Scheißen zu blöd. Ja, lauft nicht weg. Wir sind auf eurer Seite. Wo ist er hin? Weg. Vielleicht ist er durchgedreht und sie verstecken sich vor ihm. Verrückter Kerl. Toll, was hätte ich jetzt gemacht ohne Lenser? Alter. Das ist Brandgranaten. Brandgranaten habe ich schon. Brandgranaten. Komm her, dann kriegst du meine, dann nehme ich mir die Brandgranaten. Ja, ich habe es gefunden. Ich habe normale Trickgranaten, reicht mir schon. Wenn ich hier drin ist, sind auch noch welche. Ich habe doch die gerade ungetauscht gegen Brandgranaten. Ich bin hier auf dem Fußboden. Heiß. Da war ich schon, da habe ich das Ding eingesammelt. Okay. Seht aus, als führe die Pipeline in die Abwasserkanäle. Los geht's! Nur geschwitzt, nur geschwitzt, denn die Abwasserkanäle. Was ist denn? Ob der Alte wohl hier unten ist? In der Kanalisation? Bestimmt. Warum soll den... Hä? Warum soll den... Oh Gott, es ist der verrückte Alte. Aber was hat ihn umgebracht? Okay, haltet die Augen offen. Alles geht nicht ab. Okay, es ist ziemlich eng hier unten. Teilen wir uns auf, dann haben wir mehr Luft. Dom, Sam, nach rechts. Anja, bleib bei mir. Ja. 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 alles in Ordnung was ist passiert die Leute es greift auf Menschen über ich muss mich jetzt mal zur Ruhe da müssen wir hin das spielen wir noch gegen Black Ops Zombies Black Ops Zombies wie viele sind die das also bei mir waren es gerade einige ich komm ich denk mal so auf 50 das hört ja gar nicht auf hier wir brauchen ja hier einen neuen neuen naja da geht man hin genau hier hin genau hier hin wie können Menschen zu leuchten anfangen es befällt doch nur Locust ja denn jetzt hat es die Spezies Barriere erneut durchbrochen hier sind leuchtende Menschen hey damit scherzt man nicht schön wär's wir müssen verhindern dass sie rauskommen zuerst müssen wir uns um die Leitung kümmern ich weiß wir stecken in der Scheiße aber das U-Bund wird nicht mit Luft und Fisse fahren klar mach dir keine Sorgen wir kümmern uns was wirds gemacht die Brücke hier runter sehr gut sehr gut leuchtende Menschen kein Wunder dass der alte alles in die Luft jagen wollte war's das werden wir alle so enden als Ex-Menschen eigentlich ruhig hier wir hauen ab wir holen den Treibstoff dann sind wir weg meine tolle Idee hierher zu kommen tut mir leid Markus doch schon in Ordnung jetzt wissen wir dass unsere ganze Rasse zu Leuchtenden werden kann wenn wir nichts tun wir standen doch zusammen achso hast du ja weißt du ja weißt du ja schöner Bollerwagen ups noch mehr Leuchtviecher ach Mist so rum nach oben erreicht dir das Maschinengewehr es ist noch geladen na los wir brauchen zwei Leute am Gewehr ok was ist denn das cool ach cool ich hab mit der Munitionkiste haha ich geb dir hier Munition nach ok dann los so so ich hänge an dir ne das muss drehen und dann gibt's dir immer Munition das ist und endlich Munition ne und endlich auch nicht ne 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 Aber war auf jeden Fall cool, Alter, das wieder. Alter, wie viele sind denn das? Hä? Das winden immer einfach, ne? Es gibt zu viele! Hä? Wieso zu viele? Das könnte ich den ganzen Tag tun. Warte mal. 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 Das ist doch nichts. Warte mal. Weil wir da waren. Da waren wir schon. Ne, wir kamen von da hinten. Ah, und ich bin links rum. Ich muss erst mal ein bisschen hin, wenn der Leiter weg ist. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ne Lenser. Oh, ich läuft. Ich hab nen Lenser. Hm. Danke für die Hilfe. Soldaten. Ihr seid die Letzten, die wir hier erwartet hätten. Hey. Geht's dir gut? Ganz gut. Soweit. Aber er sieht nicht gerade rosig aus. Geht's dir so los? Ja, hast du das schon mal gesehen? Denn das ist nicht einfach eine Rostlung. Ja. Ja, super. Ja, super. Kann ich einfach nur ne Rostlungen. Mhm. Ja. 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 Ja, das ist gar nicht. Ja. 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 Das ist ja ein Mensch, der auch zu diesem Viecher werden kann. Wo bist du denn überhaupt nicht verdammt? Ich muss nur die Viecher platt machen. Oder direkt allein. Ist doch gerade, aber da ist nix. Nee, ist kein Stern. Kein Stern ist, dann müssen wir die einfach platt machen. Das ist kein Lacker. Ach so. Ach so. Hm. Okay. Okay. Ja, ist ja gut. Heut ihn rum. Ja, richtig? So. Ja, das ist ein kleiner Kettendinger. Ah, das Ding geht auf hier. Oh. Oh. Die Lunge ist rein. Offenbar haben sie die Pipeline durch die Kirche umgeleitet. Weiter. Ich werde sicher nicht wie sie enden. Nee, gar nicht. Ich bin schon voll mit Kornaden. Keine Sorge, Sam. Ich geb dir Deckung. Okay, suchen wir die Pumpe und bringen den Saft zum Laufen. Okay. Da rein. Ne. Treppe hoch. Ist mir zu offen. Ist mir zu offen, derweil. Hm, hm hm. Was hast du gefunden? Eine leuchtende Stelle. Okay. Boah. Würde dich nicht anpiksen. Okay, das ist sie. Dom, wir kümmern uns um die Pumpe. Danke, aber wartet nicht auf mich, wenn was schief geht. Beeilt euch einfach. fornach. Wird nicht wichtig. Wir sehen uns um ein paar Tage und bis zum Vag. Wird nicht los? Wir sind die Pumpe. Und wir zeigen uns um die Pumpe. Wie sehen wir uns? Understand uns um ein paar Minuten in die Pumpe. Wir sehen uns um die Pumpe. Und wir sehen uns um die Pumpe. Mit dem Zunge und der Niveau? Wir sehen uns um die Pumpe. aber jetzt bist du bei den Kindern das ist zu Hause stimmt irgendwann sehe ich euch alle wieder Pastor Marcus muss mal wieder die Welt retten er braucht mich Spanns gut so 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 die sie reibstoff ist bereit ich warte ich glaube ich nicht dass das Oh! Ach du's halt! Du bist echt zu... Die Blick auf die Stimme ist mir. Ja! Massen! Massen! Kann ich nicht aufkeken? Oh, ich bin einmal zu berühren, ich bin schon tot. Ich bin nur einmal zu schlagen, dann sind die weg. Hier. Normaler Lenser. Komm. Hm. Ist nichts, oder? Ja. Den Eingang hat barrikadiert. Ach, wir müssen ja auch hier laufen. Hier. Ja. Tut auf der Runde. Oh. So. Hast du ja gesehen, wo wir die Rohre eingemacht haben, dass da... ... Wir haben mal dafür getötet. Und jetzt töte das Zeug uns. Jo, Markus. Wir haben einen Baden auf dem Highway. Ist der Tanker abfahrbereit? Er verliert immer noch Treibstoff, Markus. Ich kann nicht alle Löcher stopfen. Der fährt nirgends hin. Ach, scheiße. Na gut, vergess das verdammte Ding. Ab zum Pick-up. Verstanden. Wir werden bereit sein. Hm, dass da so grünes Zeug aus dem Rohr kam. Ja, ja. Da kommt das wahrscheinlich alles her. Markus, komm schon, wir sind abfahrbereit! Wir sind abgeschnitten! Oh, wirst du was? Ein Boom. Oh, wirst du was? Huh, schlagerlager. Hm. Ich hab grad ein Déjà-vu. Wieso? Aber dasselbe vor uns und unsere Behausung hatten. Ähm. Jai. Wir standen öbeneinander unten geballert. Ja, ist natürlich. Achtung, die Schlanken! Da kommen Enderhaken hoch! Aber da hattest du... Da hattest du dein komisches Ding da. Oh! Geschütz! Oh! Seht nix! Oh, bin ich dir überall im Munni hier oben? Zeig, was du drauf hast! Ich seh nichts! Ja, ich fall um! Ich lieg hier! Hey, der Mond! Steht nix! Hallo! Furchtbar! Ja, furchtbar! Ich find hier wieder Munni hier! So! Wiederbelebung! Und wiederbelebe.